Ich bin's sowas von leid, dass ihr immer sagt, ich könnte nur über Bücher sprechen. Ständig kriege ich das zu hören. Das stimmt gar nicht. Ich kann auch sehr wohl über andere Sachen reden. Heute zum Beispiel. Heute rede ich nicht über ein Buch, sondern über ein... Nicht-Buch. Okay, worum geht's? YTT haben ihr erstes Buch geschrieben, das sogenannte Nicht-Buch. Und ich muss euch heute mal die Wahl lassen, denn ihr könnt entweder auf rechts neben meinem Kopf klicken. Das ist für all diejenigen, die überhaupt keine Ahnung haben, wer YTT überhaupt sind und was die von euch wollen. Und wenn ihr schon Fan seid und einfach nur so wissen wollt, was ich zu dem Buch zu sagen habe, dann könnt ihr gerne links von mir klicken. Da wird dann gleich auch was erscheinen zum draufklicken. Seid ihr Fan? Oder wisst ihr nicht, wer die Jungs sind? Ihr müsst schon klicken. Entscheidet euch. Seid ihr, wer immer noch da klickt? Ein letztes Mal. Wenn ihr Fan seid oder YTT schon kennt, dann könnt ihr hier links klicken. Wenn ihr YTT nicht kennt, dann könnt ihr rechts vorne klicken. Und das auch gerne losментen. Das geht darum.